Zu sehen, dass es in München da 130.000 Menschen gespielt wurde. Irgendwann mal, war das 2016, in meinem kleinen Kapphof ausgedacht. Und plötzlich rohrt Magdeburg dazu. Ist das geil. So, jetzt kommen wir zu einem Song, den ich gerne geschrieben hätte. Weil meine Fresse muss das jedes Jahr Geld bringen. Ich glaube, Rostkowski ist einer der reichsten Songwriter Deutschlands. Und auch nur wegen des Gliedes. Ihr habt den Text jetzt bekommen. Mama hat nachgeholt und die Texte verteilt mit freundlicher Unterstützung. Haben wir alle parat? Sehr gut. Ich meine, eigentlich ist es, das muss man sagen, allgemein Bild und die Texte muss man eigentlich können. Und ich nehme jetzt nur einen Schluck, nicht weil ich das singe, sondern ihr singt. Das ist schön für mich, ne? Also, ich höre da schon was. Willst du das, komm, ich merke, du willst das Intro spielen, oder? Komm, spiel das, der Ton. Weißt du gar nicht, ne? Erste Strophe, hier von mir links. Wo ist das? Und das? Und das? Und das? Und das? Schokolade Jetzt alle mit Hü. Das stimmt. Und bitte wieder. Passt auf. Alle. Und es gibt noch eine Sprung. Hier wieder. Jetzt rechts. Wir warten so gespannt. Wir hatten hier gespannt. Voran. Ja. In der Hand. 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 Großes Finale! In der Freilagswächterzeit!